Isopor, Ihr Partner bei der Herstellung von Flachfolien aus Polystyrol. Seit dem Jahr 2000 ist das Unternehmen am Standort Neunkirchen in der Großregion Saarlor-Lux aktiv. Unsere Mitarbeiter koordinieren die Prozessabläufe rund um die Herstellung wertvoller Ausgangsmaterialien zum Bedrucken, Kaschieren und Tiefziehen. Deutschlandweit vertrauen Kunden dem Team um Geschäftsführer Michael Bleif. Kreativität bei der Umsetzung ihrer Projekte oder sogar Produktneuentwicklung zählen zu unseren Kernkompetenzen. Abgerundet wird das Portfolio mit höchsten Ansprüchen an unser Endprodukt, den Polystyrol-Schäumen aus dem Hause Isopor. Damit nur beste Ware unser Werk verlässt, fängt die Qualitätssicherung bereits bei der Rohstoffanlieferung an. Neuware, saubere Recycling-Polystyrole und Polystyrol-Presslinge bilden die Ausgangsmaterialien für eine ganze Reihe von Endprodukten. Zunächst werden die angelieferten Presslinge durch unsere Mitarbeiter kontrolliert und mithilfe der Schredderanlage zu feinen Kunststoffflocken gemahlen. Unter Anwendung verschiedener automatisierter Fördertechniken gelangen die Flocken nun zum Granuliersystem. Innerhalb des Granuliervorgangs kommen verschiedene spezielle Mixturen und Zusatzstoffe zum Einsatz. Ganz nach Wünschen des Kunden werden somit die Werkstoffeigenschaften individuell generiert. Am Ende des Recycling-Prozesses erhält man das fertige Granulat, welches zunächst in Big Packs abgefüllt wird. Die Kunststoffgranulate bilden die Basis für die Herstellung von Polystyrol-Schäumen in verschiedensten Dichten, Dicken und Breiten. Der Werkstoff ist extrem leicht, bietet Wärme- sowie geräuschstämmende Eigenschaften und ist in fast allen Gebieten einsetzbar. Jeder Isopor-Kunde kann auf unsere fachkundige Beratung über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten zurückgreifen. Entsprechendes Know-how in Vor- und Nachbereitung bieten Lösungen für jegliche Anforderungen an das Qualitätsendprodukt. Wir helfen Ihnen gerne bei der Rohstoffauswahl und Festsetzung der richtigen Produktparameter. Nach erfolgreicher Beratung gehen wir in die Produktion über. Wir verarbeiten die zuvor gewonnenen Granulate weiter und starten den Polystyrol-Extruder. Der perfekt aufeinander abgestimmte Extruder und Folgemaschinen liefern dank sorgsamer Vorproduktion und ständiger Nachjustierung beste Ergebnisse. Die Qualitätsrolle aus dem Hause Isopor ist unser Markenzeichen und bietet Ihnen als Kunde die optimale Grundlage zur Weiterverarbeitung. Die effiziente Rohstoffnutzung steht bei Isopor an oberster Stelle. Zum Beispiel entstehen dabei aus einer Lkw-Ladung Granulat ganze acht Lkw-Ladungen fertige Rollen. Durchmesser von 2,40 m bei einer Plattenbreite von bis zu 1,55 m können dabei realisiert werden. Nach der Produktion macht sich unser hauseigenes Logistik-Team an die Arbeit und kommissioniert die fertig abgepackten Einheiten. Mit der großzügig dimensionierten Lagerhalle sichern wir den ständigen Durchsatz ihrer Bestellungen. Die leichte Handhabung von Großaufträgen, deren Zwischenlagerung und Vorratsspeicherung stellen hiermit kein Problem für uns dar. Wir greifen auf die Kapazität einer fußballfeldgroßen, überdachten Lagerfläche zurück und stellen dort die gewünschte Anzahl von Produkteinheiten zum Abtransport bereit. Unsere Kunden profitieren dadurch von unserer Just-in-Time-Lkw-Anlieferung. Einer punktgenauen Planung ihrer Abläufe steht damit nichts mehr im Wege. Isopor – Ihr zuverlässiger Hersteller von Polystyrol-Schäumen. Jetzt mit TÜV-zertifizierter und überwachter Qualität nach DIN ISO 9001. DIN ISO 9001.